Willkommen zurück liebe Freunde hier bei TTT Trouble in Terrorist Town mit der alten Bande Terrorist Town, ja. Willkommen. Ja der Tobi ist leider nicht mehr am Start. Der lässt sich entschuldigen und wir sind hier auf der Slendermad mal wieder am Start, aber eine neue Version, wie ich mir hab sagen lassen. Warte bleibt mal stehen, stell ich mal hier vor dem Bild bitte. Ich hab gerade mal Waffe gezogen, guck. Curry, Curry stell dich mal kurz, oh Curry, stell dich mal kurz den Curry, ich will ein Bild von ihm. Guck ich hab keine Waffe in der Hand. Wo ist ein Wallazar? Ich bin hier hinten, irgendwo in so einem Cabo-Fraum. Also genau Slendermap, andere Version hat der Benni ja schon gesagt, ist ganz nice geworden, muss man ehrlich sagen. Ja die Slendermap haben wir ja schon öfter gespielt, das ist jetzt so eine Vorgängerversion davon. Ich weiß nicht, ob es den Stromkasten hier gibt, aber ich glaub schon. Wer jetzt sagt, ey ihr spielt die Maps zu oft oder so, so viele Maps für TTT gibt es wiederum auch nicht. Und die ist einfach super hier. Ja, das heißt, manche wiederholen sich jetzt langsam mal, aber wenn ihr welche noch coole kennt, könnt ihr das ruhig in die Kommentare unter diesem wunderschönen Video schreiben. Also und die Map ist ja wohl eine der geilsten überhaupt, die kann man gerne nochmal spielen, da hatten wir ja auch letztens schon richtig Spaß drauf. Curry? Alter, ich höre 100% ist es. Ich möchte aber noch ganz kurz was sagen, es tut mir leid, dass ich den Patrick in der letzten Folge einfach über den Haufen geschossen hab, aber da gingen einem die Nerven durch. Auch bei mir, bei mir nicht. Bei dir war ich mir sicher, aber bei Patrick ja nicht so, weil ich hab den Anhaltspunkt genommen, dass der Patrick ja mit dir die ganze Zeit rumgelaufen ist, aber ich wusste nicht, dass du so ein Schweinehund bist und die ganze Zeit Traitor bist und den Typen knallert in die Fresse anlügst. Es tut mir auch leid, dass ich den Dennis beleidigt hab, aber es hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mach mal das Licht aus, Dennis. Curry, Curry hier, guck. Curry, komm du doch her, drück E. Komm, ich kann nicht, guck. Komm her, mach. Ja. Der Curry ist Traitor, Alter. Ja, komm, mach. Dennis ist sowieso ein Wichser, ey. Dann mach doch. Benny ist jetzt Spectator im Moment. Dann mach es doch, Curry. Dann mach es doch, Curry. Damit du mich wieder von hinten schießen kannst. Nein, komm, ich mach holsterd. Komm, geh hin. Boah, ich hau ab, ey, bevor ich auf Verdacht hier wieder abgeknallt bin. Gehen. Nee, Alter, kannst knicken, kannst knicken. Guck mal, wie du... Alter, du bist... Er schießt mich doch nochmal, ohne Verdacht. Mach das unter euch aus. Ey, komm her, Curry. Oh, nee, da ist der Nächste. Boah, wer ist das? Ey, Walle, 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 der Curry ist es definitiv, weil er nämlich den Stromkasten nicht anmachen wollte. Ja. Gibt es denn eigentlich immer zwei Traitor? Oder jetzt bei vier Leuten nicht? Ich glaube, jetzt ist nur noch einer, oder? Ja, und das ist der Curry. Das ist doch krass, Alter. Ja, der ist es nicht. Dann bleibt doch stehen und pack die Waffe weg. Bist du's? Ey. Ja, klar, genau. Ich trau euch allen, ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Ach, der war tatsächlich innocent. Ich glaube, ich verstecke mich gleich wieder. Ey, das Spiel... Ihr macht einen so wahnsinnig langsamer, Alter. Ich kann niemand mehr ernst ihm gar nichts mehr. Boah, Alter, PZ, wo bist du hin? Bist du hinter mir? Ja. Oh, 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 hier die Curry. Ja, der Curry ist innocent, Mann. Okay, was ist der Curry gewesen? Sag mal. Ja, der war innocent. Innocent war der Curry. Nein. Walle? Hast du geschossen? Ja. Nee. Das war der PZ, das war der PZ. Ja, deine Mutter war das, Halle. Ich war mir so sicher, dass der denn das war, ey. Schieß mich wieder, ey. Boah, Curry, Alter, warum machst du dich halt Stromkasten hier aus? Weil ich wusste, weil ich dachte, du willst mich dann umbringen. Nein, boah, Alter, das war so offensichtlich, hab ich gedacht, so. Weißt du, warum schreck dir den Stromkasten hier aus, ey? Alter, deswegen tut's mir leid, dass ich den Curry jetzt über den Haufen geschossen habe, aber... Ey, Alter, das sind so Psycho-Spielchen schon. Psycho? Der muss deine Nerven unter Kontrolle haben. Auf jeden Fall. Ja, Hitchcock, ne? Also sag mal ganz ruhig, Alter. Hitchcock. Ja, den Spieler musst du echt Nerven haben. Du musst echt Nerven haben. Ich glaub, jetzt ist es aber nur noch einer, ne? Ja. Nur einer ist noch. Ey, der Benni ist ja jetzt dabei. Da müssen es eigentlich wieder zwei sein, oder? Das ist Slenderman in der Toilette. Geh mal da rein. Alter, ich bin auch rein. Nein. Geh mal zum Slenderman. Geh mal zum Slenderman an sich ran. Alter. Geh mal da Hank Curry, geh mal hin. Wir müssen auf jeden Fall raus. Scheiße, Alter, weg da. Weg da, nicht dahin. Ey, wo seid ihr alle hin? Alter, der Slenderman war da gerade. Alter Schwede. Geh mal hin, Curry. Geh mal hin, Curry. Dann stirbt man doch. Boah, das Ding fällt sich hoch von wo der Slenderman drin ist. Geh mal hin, sagt er. Weißt du, dann stirbt man voll. Alter Fede ey, was ne Map. Was hast du heute wieder gegen mich, ey? Erst wieder einfach abschießen ohne Beweise, ne? Bedi, warum bist du so still, Bedi? Geh mal zum Slenderman. Weißt du, was ich manchmal finde? Dass man nicht laufen kann, finde ich manchmal ein bisschen ätzendlich schnell. Ich verkrieche mich hier irgendwo. Alter, Patrick, Patrick, Patrick! Patrick ist es, Patrick ist es, Patrick ist es, Patrick ist es, Patrick ist es. Nein, ich bin nervös. Patrick ist es. Patrick ist es. Patrick ist es. Patrick ist es. Boah. Ey. Hä? Oh mein Gott. Boah. Nein. Alter. Was denn, was denn, was denn? Nein, nein, wie krass du bist du gerade. Boah. Alter, Alter. Alter, hör doch auf. Alter, Curry, du bist es. Ich bin safe, Curry. Der Patrick ist hier. Der Patrick ist hier drin. Nein. Der Patrick ist hier irgendwo drin. Mach das Licht aus. Der ist hier drin. Nein. Nein, nein, nein. Alter, ich hab ihn. Hast du ihn? Boah, Alter. Der war Traitor. Aber nicht der Einzige. Der war Traitor, der Patrick. Aber nicht der Einzige. Der hat mich angegriffen. Wo ist der Patrick denn? Ja, toll. Dann kann es nur einer von euch beiden sein. Hast du seine Leiche? Boah, der Curry ist bei mir. Nein. Der Curry ist ja komisch. Ja, einer von euch beiden ist es. Weil ich bin es nicht. Der Patrick hat mich gerade angegriffen. Alter, Curry, Curry ist es. Schieß. Alter, der schießt wie wild. Um sich. Ich muss flüchten. Curry? Mach den Curry fertig. Curry? Ja, du könntest es auch sein. Nee, nee. Der Curry tut jetzt so. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Ohne Scheiß. Der Patrick hat mich doch gerade angerufen. Da hinten kommt jemand. Oh mein Gott. Angerufen? Äh, angegriffen. Alter, siehst du mal wie perplex ich schon bin, dass die Worte dich finden, weil es übel ist. Ey, lauf mir nicht über den Weg. Alter, der Curry ist es 100 pro, ich schwöre es dir. Er sagt nichts mehr. Dann hoff, dass ich ihn zuerst treffe. Ja, ich bin auch gespannt. Dann weißt du, dass es ist, weil er nichts sagt. Das kann nur verdächtig sein. Ja, das wäre auf jeden Fall so. Genau. Und dann wirst du sehen, dass er dich über den Haufen schießt. Weil du denkst, ich wär's. Ne, wenn ich ihn Curry sehe, dann schieße ich sofort. Wenn du mich zuerst schießt, bin ich sofort tot. Ich hab kaum noch Leben. Ich hab nur noch 17 Leben, weil der Curry mich erwischt hat. Boah, Alter, das ist heftig in der Karte. Die ist einfach mega krass. Immer wieder für eine Überraschung gut. Wie ist denn Curry tot, wenn er da steht? Ohne Scheiß. Wer schlägt da? Alter, ich versteck mich hier irgendwo. Oh, hier gibt's nichts zu verstecken. Oh, Mann. Ich bin hier die ganze Zeit irgendwie im Kreis. Ich weiß nicht, was ich tue. Benni, 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 tu's nicht! Nein! Okay. Es war ein Fehler. Verdammt! Verdammt! Ah, Curry, Curry, du Sau, ey. Hoffentlich finde ich dich, bevor du mich findest. Benni! Oh, jetzt sagt er natürlich wieder was. Das ist so gemein. Oh, Mann. Benni! Willst du spielen? Ich hab extra einen Anzug angezogen. Nur für dich. Oh! Kauft er sich noch Armor oder so? Wahrscheinlich. Benni! What the fuck? Ich lauf jetzt weg. Drei Minuten lang. Ernsthaft, Benni? Ja, ernsthaft. Bist du so ein Angsthase? Oh, oder ich geh zum Slenderman. Lauf doch mal in die Hände vom Slenderman. Hast du ein Radar? Nein, ich doch nicht. Oh, Mann. Dann ist es eh so witzlos. Kann ich dich gar nicht verarschen. Hm. Ja, aber ich glaube, du hast keins. Oder doch? Ich hab doch keinen Radar. Alter. Benni! Nein, ich hab keine Muni mehr. Benni! Wo ist er? Ah, wo ist er? Ich hab ihn nicht gesehen. Rechts oder links? Rechts oder links? Oh, Mann! Mist! Ah, falsche Munition. Was ist denn hier noch ein bisschen Munition? Jetzt kommt schon Curry. Jetzt kommt schon Curry. Ja, ich hab den Laden! Yeah! Hey, aber es war noch Overtime. Nee, gab's irgendwie diesmal nicht, ne? Warum ist denn die Zeit jetzt plötzlich abgelaufen? Chanta sogar noch Overtime. Oh, Mann! Benni hatte so wenig Leben, aber ich hatte nur noch 29. Ich hatte nur noch 9. Nein! Ich wollte beim zweiten Mal das Licht ausmachen, aber irgendwie ging das nicht. Ich konnte das aktivieren. Boah Curry, das mit dem Licht, das musst du nächstes Mal mit mir absprechen. Dann auf einmal im Dunkeln da. Ja, wie soll ich das mit dir denn absprechen? Zwei Mal mit uns oder was? Ja, ja, genau. Ab in den Slenderman! Alle in den Slenderman! Alle in den Slenderman! Kommt! Nein! Das ist creepy, ey! Wie er einen so einsaugt, plötzlich, ne? Boah, Alter! Aber da kriegst du selbst Angst, wenn du dann hier so langläufst. Du weißt, da ist nur noch einer. Ey, nein! Was denn? Benni, wo ist der jetzt? Wurde jetzt nicht wiederbelebt, oder was? Was hast du gemacht, Benni? Benni? Benni ist tot. Alter, Benni liegt hier! Lol, Benni war Traitor! Was? Benni ist in den Slenderman und war Traitor? Ja, ich... Bro! Der ist es, der ist es! Den ist es! Warte, 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 warte! Pass, Dennis schießt auf mich! Ah, ich hatte keine Waffe! Shit! Nichts! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Deniz Evin Hier liegt dein Blut rum, Deniz Kleiner Wichser, Alter Fuck you, ey Gott Passt du nicht Komm her Komm her Verdammt, Alter Boah Mach dir das Licht aus, du bist doch bekloppt, ey Boah, das war so dumm bei mir am Anfang, ey Was ist denn bei dir passiert, Benni? Ich bin in der Vorrunde auch noch zu dem Slenderman gelaufen Und dann hat er mich eingesaugt, aber ich bin in der Klotür hängen geblieben Bis die Zeit runtergelaufen war Genau dann bin ich reingeflogen Ich hab noch kurz gesehen, da steht so Traitor tot Bleib in der Klotür hängen, Alter Oh Mann, Alter Boah, Dennis, Alter, das darfst du nicht mit mir machen Das war aber geil, Alter Komm, alle in den Slenderman, alle in den Slenderman, komm Bleib in der Klotür hängen Oh Slenderman Slenderman Du bist ein Mann im weißen Handzug Slenderman Innocent 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 Slenderman Innocent Hier einmal ein Bild verteilt Innocent Kannst du mal aufwenden, das die ganze Zeit überzulackieren? Ja, die Leute, die am lautesten Innocent schreien, die sind es meistens nicht Ja, eigentlich schon, ne? Ich hab mir gerade noch so ein leckerer Weingummi reingehauen Voll lecker Alter, ich hab Hunger, hör auf Allweiler Wer ist da? Currywurst ist bei mir Ich suche einfach nur ne Schrotflin, sagst du ne Schrotflin? Für was brauchst du die? Für was brauchst du die Schrotflin? Nein, damit ich mich besser Alter What the fuck? Bist du innocent? Ich hänge fest? Das geschieht dir recht So, Dennis und Sarraza Ich glaube, da bin ich auch festgegangen Hallo Jungs Alter, scheiße Boah, Alter Ey, wer hat da geschossen? Wer hat da geschossen? Ich hänge fest Patrick Wer fehlt denn? Wer ist denn ohne uns da? Warte mal, hier fehlt doch einer Der Patrick ist es Ja, ja Alter, ihr seid solche Mützer Ja, der Patrick ist es auf jeden Fall Boah �xin Warte, 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 Hör zu Hör zu Der Dennis hat einfach los geschossen Ich hab den Curry erschossen, weil er festhängt Und der war sowieso Traitor. Alter. Das war auch ein bisschen verdächtig. Kannst doch nicht einfach den nicht schießen. Der war Traitor, Leute. Jetzt geht's wieder auf mich einfach so, ohne Verdacht. Bist du ein Traitor? Ja, der Dennis, der könnte das zur Tarnung gemacht haben. Weil er genau wusste, dass er Traitor ist. Und dass der fest denkt, ja warum wirst du eine Smoke Grenade? Alter, der Dennis. Ja, ja, Walle, komm. Verarsch mich nicht. Das ist 100% der Walle. Weißt du was, wir gehen jetzt alle zum Raum, wo man denn den Charter bedienen kann. Du knallst uns am Abend. Ja genau, du, gerade du. Du wirst hier mit Rauchgranaten rum und so. Patrick. Ja, Benny. Versteck mich hier hinten. Du bist sehr verdächtig. Möchtest du eine Versicherung kaufen bei mir? Geh weg, geh weg, ey. Patrick ist hier alleine. Mit mir. Und mir. Also nicht alleine. Wo bist du, Benny? Hier. Das ist doch hier vor uns. Alter, boah, der hätte mich grad voll abknallen können. Ja super, ihr seid wahrscheinlich im Team. Boah, hinten der Dennis. Der Dennis ist verdächtig. Oder was. Boah, die beiden berontieren das. Team geht ja nicht mehr, weil der Curry war ja schon einer von den Charter. Nein, der Dennis, nein. Ich wette 200 Euro auf Saratza. Meins, ne? Wette mal. Ich bin auf Benny. Ey, Patrick. Patrick. Ja? Doch eine Versicherung. Ja, damit ich mich von dir abknallen lasse, hm? Nee. Weißt du das Problem? Ich glaub keinem mehr von euch, weil ihr alle so krass schon seid. Ja. Boah! Hieß der, war mir klar, dass der das war. Dennis, das kannst du nicht bringen, Alter. Der schieß einfach in die Leute ab, Mann. Ey, das kannst du nicht machen. Nee, ich warte einfach immer und guck dann... Nee. Aber es wär noch lustiger geworden, glaub ich. Ach, holt doch nicht, Kinders. Ich hab bis jetzt immer recht gehabt. Nee, das stimmt nicht. Warum? Nee. Okay, zweimal nicht, zweimal nicht, aber die Quote sagt, dass ich eigentlich öfter recht hatte. Ja, dann... Ja, das ist halt die Frage, wann schießt man, wann nicht. Ja. Also ich hab jetzt kein auffälliges Zeichenpreis gegeben. Doch, du hast immer versucht, mir das anzuhängen. Ja, weil du auch eine Rauchgranate geworfen hast. Das hätt ja voll gekratten können. Rauchgranate ist ja nichts Schlimmes. Ja, klar. Na, was denn? Rauchgranate ist voll brutal. Aua. Mir ist egal, ob die Leute mich jetzt haten, aber ich hatte bis jetzt... Du hast mich zum Beispiel auch einmal erschossen, weil ich eine Rauchgranate hatte. Und ich hatte nicht mal die Rauchgranate geworfen. Ja, das war aber eine Verwirrung vom Tobi, weil du hast in dem Moment, als du... Ja, aber da ist so viel dazu, ich hab immer recht. Wie er wieder so Stress will, weißt du. Wer ist das hier? Patrick. Ich bin das. Hier ist der Patrick hier. Und der Sarraza. Ja, das bin ich hier. Hallo. Guten Tag. Hey, wer ist das Sarraza? Hör mal auf, mir die ganze Zeit hinterher zu laufen. Sagt der immer. Vorsicht. Der Patrick rennt mir wieder die ganze Zeit hinterher, Alter. Ich will einfach nur den Dennis umbringen. Ich darf den überhaupt nicht hinterher. Ernsthaft, Curry? Du willst mich jetzt ohne Grund einfach abschießen? Der war es schon die ganze Zeit jetzt nicht mehr. Ohne Grund. Wir treffen uns wieder hier. Ich will mir einfach ein Beispiel an dir. Ja, aber ich hab immer geschossen, wenn ich für mich einen Hinweis dran hatte. Achso, ja. Ich hab auch einen Hinweis. Ja, was ist denn dein Hinweis? Ja, aber nur mit einem Hinweis geht das ja eigentlich nicht. Ja, das haben wir ja nie festgelegt. Das sollten wir ja auch in die Community abschießen, wie wir da vorgehen sollen. Bleibt doch mal in die Kommentare, wie wir das Spiel am besten spielen sollen. Da bist du der Traitor, Curry. Und versuch mir das Spiel am besten. Ja, das krieg ich ja nochmal ab. Hast du ja jetzt einen Hinweis. Nö. Wie ich den beiden gar nicht mehr trauen kann. Das ist so krass. Wie ich nur anschaue. Dacht der Patrick, weißt du? Was war das? Da hinten ist irgendwas... Guck mal, der Curry ist jetzt wieder gegen mich auf einmal. Das macht der immer. Wo ist eigentlich der Sarraza? Ja, der hat sich gerade abgekommen. Der sucht den Lichtschalter. Ach, Quatsch. Ja, der sucht den. Der sucht den Lichtschalter. Du hast ihn weggelassen. Ich versteck mich jetzt hier. Ich versteck mich jetzt hier. Wer hier um die Ecke bei dem Schreibtisch kommt, hat die Chancen gnadenlos. Komm um die Ecke, pass auf. Sarraza, Taktik. Hier ist der Lichtschalter. Der macht doch mal den Test, bitte. Versucht mal. Hier, guck mal. Mir geht's auch nicht. Als würde da einer sagen, der Traitor ist. Ich wusste es. Dennis, das ist es. Wer lebt noch? Benni? Ok, Benni und Dennis. Ich weine. Oh, ich folge der Blutspur. Der Reizzer. Hallo. Scheiße. Boah, keine Chance. Ne, keine Chance. Hatt ich zu wenig Leger. Sehr gut, Benni. Sehr gut. Ja, war echt gut. Ich hab die ein bisschen erwischt. Hast du sie beide schön da vorne hingelockt? War wieder. Sie verstehen sich einfach blind, die zwei. Bitches, please. Tut mir leid, Curry übrigens, wegen vorhin. Aber du warst der Traitor, Curry. Du warst der Traitor, Curry. Curry! Mi, 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 mi. Aber deine Theorie war richtig, dass du gesagt hast, ich war lange kein Traitor mehr. Du hattest auch recht mit dem, was du gesagt hast. Traitor. Ja, aber ich hab dich trotzdem wieder abgefeinert. War ich ein guter Mensch? Oh, wir sind da reingezogen worden gerade wieder. Ich hab dich ja auch nicht abgefeinert. Ich musste echt aufpassen, Alter. Erst nachdem ich gewartet hab, bist du an einem Kasten. Eine Shotgun! Eine Shotgun! Ah! Alter, ich bin reingefallen. Wie blöd. Alter, ich wollte da hinterher springen und nicht mal die Reichweite kann ja auslassen. Na ja. Was? Ja, das Problem ist jetzt, man weiß nicht, ob der Sarraza Traitor war. Man kann seinen Leichen nicht überprüfen. Ja. Doch, die liegt doch hier. Ja, aber du bist reingezogen oder nicht? Nein. Die ist doch hier, oh! Sarraza war Traitor. Der war Traitor? Ja. Jetzt gibt's ja nicht mal selber mitbekommen. Jetzt ist nur noch einer. Wo ist der Benni? Wurde der reingezogen? Benni, such nicht den Lichtschalter, komm her. Komm her. Okay, ich komm zu euch. Ich komm zu euch. Ich hab damit nichts zu tun. Patrick, weh, du schießt mit dem Rücken. Wir sind bei Sarrazas Leiche. Würde ich nie machen. Heiß ich Dennis? Patrick, geh weg von mir. Boah, ich darf keinem folgen, ne? Ja, warum folgst du uns denn auch? Wo ist denn Sarrazas Leiche? Ja, so groß ist das Level ja auch nicht. Patrick, geh weg von mir, Patrick. So groß ist das Level ja auch nicht. Oh Mann ey, immer bin ich gemobbt hier. Hopp. Dennis, wir sind jetzt hier alleine. Ich bin alleine mit dem Dennis. Nein, der Curry ist hinter dir. Guck mal. Warum sagst du das denn? Warum sagst du das denn, Dennis? Alter. Hätte der jetzt auf dich geschossen, ne? Der hätte niemals geschossen, weil er es gesagt hätte, nämlich. Wie dumm wär das denn? Komm, wir diskutieren das jetzt hier auch. Dann ist es der Patrick. Nein. Natürlich. Guck mal, die Stimme, wie hoch die wieder geht. Wo ist der denn überhaupt hin jetzt? Boah. War das? War das? Warte, Patrick. Ey. Alter. Alter, krass. Ich wusste, dass der Benni ist. Wie krass, Alter. Ich hab's zu spät geschnallt, ey. Hättest du das nicht gesagt, Alter. Oh, man. Oh, man. Der Curry dreht ab, Alter. Boah. Aber der Benni hätte nie... Ja, du machst voll die Psycho-Spieche mit einem. Du schießt den Patrick ab und guckst dann... Ich wusste, dass es der Benni ist, weißt du? Ärgerlich. Das haut er raus. Der Curry steht hinter dir. Ja, weil er hätte... Der Dings hätte niemals geschossen. Es hätte noch niemand mitbekommen, wenn er dich erschossen hätte. Natürlich. Wie doof wäre das denn, wenn er es gemacht hätte? Weil er ja vorher noch so gesagt hat, ja, ich stehe mit dem Dennis hier. Und wenn ich dann auf einmal ruhig gewesen wäre. Hä? Ach. Ich hätte einfach... Ich hab nachgedacht. Ich wusste, dass es der Benni ist. Ja, so. Ey, widerspülen uns langsam alle wirklich zu Feinde, Mann. Ja, wir sind alle... Wir werden alle total bescheuert, einfach so. Das ist total krass hier, echt. Warum ist der Walle jetzt ruhig? Unschuldig. Ich... ich esse... Sau und Sau. Wir hier die ganze Zeit frisst, weißt du... Ja, ja. Und wir können nix essen, Mann. Das ist nur ungefähr. Mh? 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 Warte, 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 warte. Wer war das? Der Patrick ist hier. Der Patrick ist hier. Der Patrick ist hier. Der Sascha wurde... Der Sascha. Der Walle wurde gerade getötet. Der Patrick ist es. Wo ist der Patrick? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Wo ist das? Da, wo wir eben noch waren. Hä? Meinst du hier an dem Tisch oder was? An dem Rund. Ich will dazu sagen, dass Benni gerade auf mich geschossen hat. Ja, genau. Der Patrick ist es sowas von. Hier vorne war gerade jemand. Da ist er. Der Patrick ist da. Der Patrick ist bei mir. Achtung. Da ist er. Um die Ecke. Wo denn? Achtung. Da. Da war er. Kein Scheiß, Mann. Aber du hast gerade geschossen, Benni. Ja, auf den Patrick. Dem traue ich doch nicht. Da ist er. Da ist er. Ey, Dennis. Ich darf nur hinter euch her. Ja, aber es gibt noch einen Traitor. Ja, Benni. Ist der Patrick tot oder was? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Wo ist er denn? Er ist hier nach rechts weiter gelaufen. Oh, Mann ey. Ich raste gleich aus. Dennis. Hey, Curry. Was denn? Was denn? Curry, bleib mal hier. Wo? Hier oder was? Curry, Dennis. Ich bleib mit euch hier. Er ist hier nach rechts gelaufen gerade. Bleib hier, Curry. Okay. So, Leute ey. Wir zählen jetzt alle gegenseitig. Da ist er, Patrick. Da ist er. Patrick, komm her. Alter. Komm doch einfach her, Patrick. Oh geil. Ich feier das gerade so. Wie ihr alle lügen könnt, ey. Wo ist der Patrick? Für der Benni ist das schlimmste von euch. Patrick, stell dich doch einfach. Warum denn der Benni? Warum denn der Benni? Warum denn der Benni? Ja, das weiß ich auch nicht. Hä? Warum der Benni? Hä? Ja, Patrick, willst du dir erzählen, du bist unschuldig? Patrick, hä? Warte, der Patrick ist hier nach rechts gelaufen. Willst du mir das erzählen? Nö. Weißt du, anstatt wegzurennen, solltest du mal herkommen, Patrick. Hä? Und warum ich jetzt, hä? Curry, wehe du schießt auch, Alter. Wehe du schießt, Curry. Nein, ich schieß dich. Wie der Patrick hier den Verdacht auf mich lenken will, damit der andere Traitor unter uns dreien geschützt ist. Frag mich nur, warum der Patrick die ganze Zeit wegrennen will. Ey, Curry, Dennis, ist euch das eigentlich egal? Ja, das Einer von den beiden ist der Traitor, Alter, ohne Scheiß. Wenn ihr weh, du schießt jetzt, ich wär so sauer auf dich. Der Saratzer war doch aber kein Traitor, das heißt, es gibt noch einen. Ja, es gibt ja auch noch einen. Ja, Dennis, oder Curry. Warte mal, hier liegt ein Leiche. Ah, das ist vom Walle, genau. Und kein von euch beiden bockt, also seid ihr... Ey, auf mich wird geschossen. Ey, stopp! Ohhhh! Jawoll! Ich hab dreimal überlegt, Curry in den Kopf zu schießen. Sehr geil. Ja, Dennis, Mann, wir hätten was machen müssen. Wie geil. Patrick hat mich auch hinter Listix der Morde damals. Ich hab hundertmal überlegt, Curry in den Kopf zu schießen. Warum hab ich's aber nicht gemacht? Was ein Abschluss, ey. Naja, vielen Dank fürs Mitschauen, liebe Freunde. Tschö, 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 tschö. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö. Na, das kann ja was werden in der nächsten Folge. Wieder Intrigen sind hier geschmiedet worden. Und ich hab mir mal eine saure Zunge gehört zwischendurch, weil ich darf ja nichts sagen, ne. Kann man sich ja mal kurz so einen Snack... Gibt's nett. Naja, ich hoffe, ihr habt auch gerade einen köstlichen Snack. Wir sehen uns wieder. Was gibt's denn so? Und vielleicht schreibt doch mal auf, wie wir uns verhalten sollen. Ähm, soll man wirklich nur mit hundertprozentigen Beweisen schießen oder auch mit einer Vermutung? Schreibt's in die Kommentare. Bis dahin, ciao.